hallo und herzlich willkommen zurück zu den infektet und leute vielen dank dass ihr einschaltet das freut mich sehr hier ist der danger seeker und ich habe heute nichts bestimmtes vor lass mich mal so beten treiben hier gucken ich habe auf jeden fall lust noch weiter was zu kräften so ihr wisst was ich meine dass man hier keine bretter feiern kann gibt es eine halterung für brettes kräfte kräfte kürbiskäste bretste nas ja guck mal sechs stöckers na gut und hier meine au 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 mein fuß Sehen wir ein Schild gezogen. Nee, hier andersrum. So, bringen wir das Feuerholz rein. So, kommt es weg. So, dort geht es weiter. So, jetzt einmal ein Hecht. So, dann ist es mal ein Hecht. Das ist echt so schön mit einem Hecht. So, das ist dann aber nicht. So, dann wird das so schön gegeben. Und dann wird das so schön. Jetzt kommt es doch, also wird das so schnell. Und dann kommt es dann wieder zu. So, dann geht es dann wieder. ja entschuldigt dass ich ein bisschen ruhiger bin gerade aber ich bin noch tierisch müde um keine ahnung ich muss mich so ein bisschen tatsächlich durchringen aufzunehmen aber das wird schon wenn man erstmal drin ist bist du schicken gesehen immer nur gehört bist du so schön ist es euch bestimmt auch schon aufgefallen dass die bäume hier wieder nachgespawnt sind so 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 So. Ein Platz im Inventar, schon wieder nicht. Was gibt's doch 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 nicht. So, guck mal, drei Viertel an. Mal sauberes Wasser. Mal sauber. Mal sauber. Mal sauber. Mal sauber. Mal sauber. Mal sauber. ja das wasser kocht mit fleisch auch wird mir doch mal in die kommentare was wir als nächstes unternehmen wollen machen tun alles offen sondern normalen gehen das city tour machen wenn dies killen es weiter ausbauen ist kein pfeil werfen äh, schwer oh, was war das? was? oh, so ein Stock gespawnt hey das sind jetzt lange die da, siehst du? längs schlängelt war da eigentlich wohl vertan oh! oh, so hab's ja erst mal einen Huhn gesehen da hätte man das auch halten können, oder? so cool, dann gibt's auch noch Huhn zu mampfen vergleichen wir mal die Werte zwischen Huhn dem normalen Fleisch bin wir gespannt was da mehr was bringt oh, gucken wir mal oh, in 3 2 1 Booyah so 20 Protein 20 Protein, 20 Fett das hat nur 10 Fett Vitamine gleich beides Durst minus 5 Kohlenhydrate auch ein also sich nur beim Fett ist das hier weniger ist das gut oder schlecht nicht fett zu mampfen oder muss man mehr Fett mampfen schwierige Frage, oder? hm nicht durch da passen aber einige bei das rein da 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 Okay. Oh, ein. Ah, guck mal an. Ich weiß nicht. So ein Köcher-Craft. Dazu müssen wir ein Tier mit Leder, also Tierhaut, erlegen. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Wird er schon wieder bald dunkel? Oh ja. Oh, ich weiß nicht. Gut. Ich. Oh, ich weiß nicht. mal kurz rein kochen wir das wasser noch mal ab mit so unterwegs haben wir können ja mal ein bisschen rumfahren und gucken dass man so entdeckt aber auch wie es in der nächsten folge also leute wie gesagt schreibt doch mal in die kommentare was er als nächstes machen sollen ich werde für eine loo tour was haltet ihr davon vielen dank für zuschauen und ja falls euch die folge gefallen hat würde ich mich über ein like freuen über einen kommentar oder über ein abo und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder ist dann was gut Leute